Der spielt übrigens... Oh, jetzt ist die Sonne ja vollblut in meinem Gesicht. Jetzt muss ich mal die Kamera anfangen. David! Die Sonne ist komplett in meinem Gesicht! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich mal was ganz anderes als sonst. Irgendwie hatte ich da Lust drauf. Und zwar errate ich heute frühere Disney und Nickelodeon Stars. Das bedeutet, ich sehe die Heute-Bilder. Eine Freundin von mir war so lieb und hat mir die Bilder rausgesucht, wie die Leute heute aussehen. Und ich muss raten erstmal, wer es ist. Und dann schauen wir uns zusammen auch noch das Bild von damals an. Und ich denke, das Video ist für euch wahrscheinlich hauptsächlich spannend, wenn ihr so in den 2000ern jung wart. Und ich habe ihr jetzt so gesagt, so Wevely Place Zeit. Aus der Zeit so ungefähr. Von Wevely Place hat sie jetzt extra nichts reingemacht, hat sie mir schon angekündigt. Aber ist ja egal, ich werde es jetzt auf jeden Fall angucken. Es sind 10 Bilder, ich habe hier 10 Ordner, ich habe auch noch nichts angeschaut. Ihr müsst ja wissen, ich bin ja auch Redakteurin und bewege mich sehr in diesen jugendaffinen Kreisen. Das heißt, ein paar erkenne ich vielleicht schon noch, weil die vielleicht aktuell auch noch irgendwo unterwegs sind. Ich habe keine Ahnung. So, ich fange mit dem ersten an. So, das ist der erste. Und ich hätte jetzt erstmal gesagt, Sammy Slimani. Aber das kann wohl nicht sein. Disney oder Nickelodeon? Kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Ihr müsst echt mir mal drunter schreiben, wenn ihr jemanden erkennt, den ich jetzt nicht erkenne, wen ihr dann davon erkannt habt direkt. Also ich glaube nicht, dass es ein Hauptdarsteller ist, sonst würde ich den doch erkennen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Das war das aktuelle Bild. Ich gucke jetzt direkt das andere Bild an und da steht schon die Jahreszahl dabei. 2010. Also genau 10 Jahre ist es wohl her, dass der bekannt war. Ach Gott, jetzt kenne ich ihn natürlich. Es ist natürlich Evan Jogia. Ich kenne sogar seinen Namen. Und zwar war er der Hauptdarsteller von Victorious. Über die Serie habe ich damals auch oft geschrieben. Und Victoria Justice war die Hauptdarstellerin. Die ist hier mit auf dem Bild. Ja gut, komm, der sieht auch echt anders aus als damals, ne? Jetzt kommt der nächste. Disney oder Nickelodeon Star. Ich blende sie hier ein. Ich kenne sie sofort. Ich erkenne sofort, wer das ist. Aber sie sieht auch wirklich aus wie damals. Muss man zugeben. Es ist Jeanette McCurdy aus iCarly. Sam hieß sie damals. Oder eben aus Sam & Cat mit Ariana Grande. Und ich finde, sie sieht halt schon aus wie damals. Ich bin mal gespannt auf das Damalsfoto. Wir können es ja mal angucken. Deswegen, sie hatte damals auf jeden Fall kein Pony, glaube ich. Ah, doch hatte sie. Guck. Stimmt, die hatte ja sogar, ich weiß gar nicht mehr. Okay, dann hatte sie ein Pony. Aber sie sah schon ein bisschen anders aus. Aber halt jünger einfach. Aber ich finde, sie sieht halt schon gleich aus. Aber die habe ich wenigstens mal erkannt. Was die jetzt so macht. Ah ja, die hatte auch mal eine Serie auf Netflix. Das war so eine ganz irre Serie. Da sind die ganzen älteren Menschen alle, die irgendwie über 27 waren oder so. Sind alle gestorben in dem ganzen Dorf oder in der Stadt. Aber ich habe die Serie dann doch nicht geguckt. Ich habe, glaube ich, nur mal eine Folge geschaut. So, jetzt kommt der nächste. Okay. Er kommt mir bekannt vor. Und ich glaube auch, ich weiß, wer es ist. Und zwar hätte ich jetzt gesagt, das ist der Bruder von Hannah Montana in der Serie. Und ich weiß auch durch meinen Job, ich habe nämlich oft darüber geschrieben, dass der deutlich älter ist, als man dachte. Also Miley war ja 14 oder 15, als Hannah Montana angefangen hat. Und da war er schon 15 Jahre älter als sie. Also er ist genau 15 Jahre älter, hat aber ihren Bruder gespielt, der irgendwie nur ein, zwei Jahre älter ist. Und das fand ich damals schon so krass, weil er sehr, sehr jung aussah. Und ich finde, er sieht immer noch sehr jung aus. Er ist nämlich jetzt, ich kann das ja mal kurz googeln. Er ist jetzt 42. Hallo. Und er sieht halt einfach gar nicht aus, sie ist 42. Und damals sah er so aus. Jetzt kommt das Macherfoto. So kenne ich ihn auch. Und das Witzige eben, auf diesem Bild, das waren die Bilder von der ersten Staffel, wenn ich mich recht entsinne, ist sie echt 14 oder 15 und er halt 29 oder 30. Das ist so krass. Man sieht es halt einfach gar nicht. Der spielt übrigens, oh, jetzt ist die Sonne ja voll blöd in meinem Gesicht. Ich wechsle jetzt mal den Platz, weil die Sonne so krass in meinem Gesicht scheint. Ich habe jetzt gerade sein Alter ja gegoogelt und hier steht auch, dass er bei High School Musical die Serie mitspielt. Da spielt er bestimmt einen Lehrer oder so, weil er kann ja jetzt nicht immer noch einen Schüler spielen mit 22. Ey, mit 22, mit 42. Er kann ja jetzt nicht immer noch einen Lehrer spielen mit 42. Hä? Also erst mal ist die Frage, es ist ein Brautpaar. Jetzt ist die Frage, ist das ein Bild aus einem Film oder aus einer Serie? Oder sind die in echt verheiratet? Und wenn ja, wer ist davon der Star? Ja, weil ich erkenne jetzt niemanden. So, David hat nochmal die Kamera neu eingerichtet, weil die Sonne hat jetzt so draufgeknallt, dass man, also dass sich ganz komisch aussah. Aber wer könnte das jetzt sein? Da muss ich jetzt leider schon das Bild angucken, das Vorher-Nachher-Bild, weil ich erkenne niemanden. So. Ach, krass. Das ist Haus Anubis. Das war ja eine deutsche Nickelodeon-Serie damals. Und dann ist sie, die Christina Schmidt, so hieß die Schauspielerin, das weiß ich noch. Und ist er jetzt auch von der Serie? Okay, ich habe gerade gegoogelt. Er heißt Marc Dimitru und ist auch aus der Serie und hat damals den Bösewicht gespielt. Und die waren damals kein Paar. Die sind erst danach zusammengekommen und jetzt sind sie verheiratet. Das finde ich jetzt schon krass. Hier ist noch ein zweites Foto. Ein zweites Nahher-Foto. Okay. Fasching, ole ole. Also sie sieht, also dieses Outfit, das waren damals die Pressebilder von Haus Anubis und das sieht ja furchtbar aus. Was hat sie denn da bitte an? Der Style der 2000er. So, jetzt kommt nochmal ein Bild. Mh, den kenne ich. Den kenne ich, weil ich, das ist eine Serie, die heißt, also er heißt. Hutch Dano. Ich weiß gar nicht, ob den alle kennen, weil die Serie war gar nicht so bekannt. Aber es war eine Disney-Serie oder Nickelodeon, aber ich glaube Disney. Und er spielte bei dem Sieg von Sieg & Luther. Also Sieg & Luther war so eine Skateboard-Serie. Und ich habe ein Interview mit dem damals geführt und danach habe ich ihn auf Facebook geedit. Beziehungsweise sind wir jetzt immer noch auf Facebook verlinkt. Und er hat mich lustigerweise irgendwann mal angeschrieben vor ein, zwei Jahren, weil der jetzt Maler ist. Oder er malt jetzt Bilder. Irgendwie haben wir dann über seine Bilder geschrieben. Das war ganz irre. Und da habe ich seine Bilder natürlich auch angeguckt und fand ganz irre, dass der gar nicht mehr aussieht wie früher. Jetzt gucke ich mal aufs Vorherbild. Ja, krass. So sah der damals aus. So kenne ich ihn noch. Wie Zac Efron ein bisschen in Heißgemüse. Gleich, also ganz anders. So, mal gucken, jetzt kommt der nächste. Okay, ein hübsches Mädchen mit blonden Zöpfen. Aber wenn das das heute Bild ist, dann kann die Serie ja noch nicht so alt sein, weil sie sieht ja selbst erst aus wie 14 oder so. Jetzt weiß ich es, oder? Das ist die kleine aus meiner Schwester Charlie. Das Baby. Ich gehe mal aufs Vorherfoto. Jetzt bin ich gespannt. Ja! Oh, wie hieß die nochmal? Das ist geil! Hier ist noch ein anderes Nachherfoto. Genau, das erste ist aus der ersten Staffel und das zweite ist aus der letzten Staffel. Und die war ja so süß, die kleine. Charlie hieß die ja in der Serie. Und jetzt ist sie, jetzt muss ich mal gucken, wie alt die jetzt ist. Die ist jetzt einfach 12 erst. Ich dachte, die wäre jetzt schon älter. So, dann kommt jetzt die nächste. Das macht Spaß. Oh! Wer könnte das sein? Die kommt mir absolut nicht bekannt vor. Sorry, dass ich so dunkel bin. Und es liegt wirklich an der Sonne hier. Als sie vorhin nicht da war, war ich super hell. Okay, ich weiß nicht, wer es ist. Ich weiß es einfach nicht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Die von H2O. Ich weiß nicht, wer sie heißt. Aber in der Serie hieß sie... Rikki. Rikki hieß sie in der Serie. Ich muss mal googeln. Kariba Heine. Krass. Ja klar, komplett andere Frisur, andere Haarfarbe. Aber im Gesicht sieht sie sich schon noch ein bisschen ähnlich. Aber sie ist schon älter geworden. Geil. Gut, dann kommt jetzt die nächste. Oh, die kommt mir bekannt vor. Die sieht ein bisschen aus wie die Olsen Twins, als sie jung waren. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Ich glaube, ich habe das schon mal. Es war ein anderes Bild damals. Aber ich glaube, es ist die nicht so gestylte, hübsche aus Highschool Musical. Was übrigens gar keine Serie ist. Also passt eigentlich hier nicht rein. Aber egal. Und zwar habe ich darüber... Ich glaube, wir hatten das auch mal... Ihr wisst ja. Also beruflich. Ich habe das, glaube ich, schon mal gehabt. Dieses Vorher-Nachher-Foto. Nicht genau das jetzt. Ja, sie ist es. Ich habe vergessen, wie die hieß in Highschool Musical. Aber das war diese Klavierspielerin, diese eher nerdige, die dann aber im dritten Film von Highschool Musical dann schon wieder ein bisschen stylischer wurde. Aber man sieht halt, die sehen sich halt gar nicht ähnlich. Das finde ich schon krass. Alessia Rulin heißt die. Habe ich gerade herausgefunden. Ah ja, und ich sehe auch gerade, das aktuelle Bild ist auch schon drei Jahre alt. Da gab es wohl kein neueres. So, jetzt kommt der nächste. Oder die nächste. Das ist der von Big Time Rush. Das erkenne ich. Ich erkenne es in seinem Gesicht. Er sieht anders aus. Der hatte früher so eine Justin Bieber Frisur. Aber ich kenne den auch, weil der nämlich bei Let's Dance in den USA mal mitgemacht hat. Da sah der auch schon ungefähr so aus. Ich mache mal das Vorher-Foto rein. Ja. Es ist James Maslow. Cool. Der ist immer noch hübsch. Aber die Frisur ist weg. Krass. Er ist auch alt geworden. Also was heißt alt, aber halt schon älter als damals. Aber Big Time Rush ist bestimmt auch schon wieder acht Jahre her. Ich habe nur noch ein Bild. Puh. Das, äh, ja. Ja, okay. Erkenne ich auch. Als Serienfan kennt man die natürlich. Es ist Phoebe Tonkin aus The Originals. Und vor allem aus H2O plötzlich. Mergefrau genau wie die andere Blonde vorhin. Das habe ich auch damals geguckt. Und jetzt habe ich hier das Nachher-Bild. Genau. So sah die damals aus. Und, äh, das ist 2006. Also einfach schon 14 Jahre her. Die meisten wusste ich. Ein paar habe ich nicht erkannt. Und wieder was gelernt. Zum Beispiel, dass die einen da verheiratet sind. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Und, ähm, wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da oder einen Kommentar, was für Videos ich noch machen kann. Ich kann gerne nochmal so ein Video machen, wo ich auf, wo ich irgendwas angucke und raten muss. Da könnt ihr mir mal ein paar Ideen da lassen. Und dann könnt ihr ja mal noch mein letztes Video angucken. Das ist nämlich auch ein Disney-Video. Da habe ich sehr witzige Disney-Fakten rausgesucht, die keiner kennt. Also, ich kannte sie nicht vorher. Und die waren echt cool und spannend. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf meiner Instagram-Seite vorbeischaut. Die blende ich mal hier ein. Ich heiße da Sarah Kolumna. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.